Das Auto ist optisch stark überarbeitet, präsentiert sich aber in einer sehr sachlichen Designsprache. Auch hier sehen wir den Trend, dass der Frontbereich sehr reduziert gehalten wird. Dadurch versuchen die Hersteller im Moment wirklich auch optisch auszudrücken, unsere Autos sind sparsamer geworden. Das setzen sie ja auch technisch um, weil beim Passat zum Beispiel bekommen alle Dieselmodelle von Anfang an eine Start-Stopp-Automatik, die ja auch nochmal hilft, Verbrauch einzusparen. Das Auto ist marginal gewachsen, hat ein etwas besseres Raumangebot bekommen. Wird im November in Deutschland in den Verkauf gehen, als Limousine und als Kombi gleichzeitig. Bekommt ein neues Motorenprogramm und die Sparversion begnügt sich mittlerweile mit 4,2 Litern pro 100 Kilometer. Das entspricht einem CO2-Ausstoß von 109 Gramm pro Kilometer. Das ist schon aller Ehren wert für ein Auto dieser Größenordnung. Das Podolk. Untertitelung des ZDF, 2020